Boah Bin ich noch nie gefahren, aber im Wind zu heißen Boah, geile Klasse Megageil Oh, Junge Jetzt bin ich gespannt Wie diesen Oh, Junge Der Lenker sitzt mir ein bisschen unangenehm Nehm, da Aber Let's fly Geil, was ist denn da für Autos am Straßen? Also nur so zu Info, ich verstehe jetzt gar keinen mehr Ich glaube Boah, ich dachte die Bremse wäre ein bisschen besser Ja, schmeckt schon Ja, schmeckt schon Ich finde, hier kann man ja wieder so easy abwärts sind Machen wir aber nicht Du bist nicht abgekippt Ja, nee, aber ich meine, das Spiel sagt BING und dann ist der Arsch Hast du Strafen an, oder was? Nee, hab ich's im Glück ausgemacht Also zumindest die, äh Begrenzungsstreifen Okay Ich finde die Strecke auch besser als, äh, Nebukregeln, ne? Ich weiß auch nicht, warum Ich meine zwei Lieblingsstrecken Ich fahr die lieber Ich fahr die lieber Irgendwie fährt man nur so geradeaus, aber trotzdem ist das geil Ah Irgendwie, keine Ahnung, ist für mich im Moment ein bisschen ausgelöst, du bist Ja Mocha verkehrt immer Äh, den Mocha ist einfach geil wegen der Historie auch Das auch Keine Ahnung, was du mir gesagt hast, aber ja Hey, ja Du schreit nur gegen den Motor an Ui Ach, jetzt kommen hier wieder so Idioten rein, ne? Tun sie das Naja, ich konnte nicht auf die Bart machen, weil sonst keinig träumt Und so Geht das nicht mit Einladung? Naja, statt irgendwie, dass Nur, die, der Admin dort einladen kann Ah, ich tja Vielleicht nach der Freundesliste zu empfehlen oder so Aber vielleicht neben dir ja GT3 Vielleicht Oder LMP1 Stimmt Spool Oh geil, ich hab 70 Liter Geil Kann noch mehr zu kurz LMP... Was ist das? LmbH? LmbH? LmbH 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 als 990 LmbH, wie geil ist denn das? Was ist das? Hybrid 990 LmbH LmbH Aber lass die mal mitmachen, weil dann bin ich wenigstens ja vorbei Ui Ui, da musste man ja voll in die Eisen gehen, hier bei der Kurve. War nicht so gut. Ok, Curbs fahren ist definitiv nicht geil. Der Karre ist definitiv geil. Wo ist denn da hinten in der ersten Kurve gewesen? Wo bist du das? Ich bin hinter dir, glaube ich. Ja? Come on! Ich spreche mit dir. Blut 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 Wo sind eigentlich die Güter in den Heckschreier? Ja... Ein Escort oder so? Ja, du kannst mit Lenny fahren. Hä? Du kannst mit Lenny fahren. Oh, das ist doch für 7 so ein Läufer. Hey, wir sind doch noch 6. In der Klasse sind wir insgesamt 7. Geiser. Oh nö, wir sind mega voll und alle krischen sich ab in der ersten Kurve. Normalerweise tritt gar keiner bei, was soll das jetzt hier? Was machen wir? Geiser fahren. Achso. Junge, der kommt ja im zweiten gar nicht aus dem Park. Nein! Nein! Also für das hasse ich mich nicht. Noch einer. Ha, ciao! 100 Leute, warum denn hier ist Hausparty, ja? Geiser. Macht mal eure Rundenzeit an, wenn ihr dürft seid. Und der erste. Nein! Nein! Du warte. Ohhhh. 3,45. Das war nicht so gut. Boah, auf dem Kappen steuern noch gar nicht. 38. Nice. Und Ruff hat wieder die erste Kurve verkackt. Kann man wieder wegschmeißen die Runde. Ja. 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 Schaden ist aus. Kann nur halt nicht schlimm werden. Kaiser. Olympique 2 Only. Was? Der Kaiser. Wenn das nur Only wäre, wenn ich es auch so eingestellt habe. Ich hab mich einmal gedreht. Gedreht? Mit den Pisten? Du darfst halt nicht so langsam werden. Das ist wahrscheinlich das Ding. Umso langsamer du wirst, umso langsamer wirst du immer noch. Ich hätte aber auch gebraucht die Korvette zu fahren. Ich hätte aber auch gebraucht die Korvette zu fahren. Ja. Na Junge, wir schaffen ja nur noch höchstens eine Runde danach. Ja. Wiin. Das geht schnell. Ich kann was dabei rausfahren. und wieder probleme Und so ein... Derjenige, der jetzt die Kurve fährt... Der ist da... Welche Kurve? Hinter der... also nach der Gera... Es gibt genau drei Kurve... Ich kann ja nicht Vollgas fahren, ja... Äh... ich brauche nicht... Ich weiß nicht, wie es aussieht... Ähm... Ich bleibe... Diese Zeit nicht... Ich bin schon... Ich kann ja noch vergessen... Ich kann ja noch vergessen... Ich weiß nicht... Na gut... Jetzt Kurve... Total am Ende... Ein Moment... Jetzt ist total fast... Ein Film... Hallo, ich war noch eingangen Und zufoße... Heute... wo ist los alter hey aber wie hat derjenige der der gerade auf der ersten ist die 338 für dich geschafft hat er alle kurzen also mitgelassen nein die hab ich mitgemacht hey wie hast du das gemacht also ich fahre übrigens gerade mit dem standard-equipment hat es dir mal interessiert scheiße ich hätte jetzt noch eine sekunde schneller sein können also ich keine ahnung immer noch vierter keine ahnung ey martin du musst jetzt gas geben ja ich würde vielleicht auch die anderen laufen nehmen oder platz machen gas geben bei mir ist keiner hinter dir ist ja nein auf der karte ist doch keiner ja ja nicht vor dir digga auf der karte ist keiner ja wahrscheinlich ist ja wieder der boxen bug lol also bei mir fährt martin grad vor mir ja 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 nein ich fahr nicht vor dir hat man schon mal nein 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 Wow, noch ein 1-Zentel verbessert Das 1-Zentel mehr, das man hier nicht gut abliegen kann Was hast du jetzt anders Benno? Andere Reifen und was noch? Andere Reifen, Ems, Schächte, voll und rein Das was du einstellst, möchte ich nächstes Mal auch mal einstellen, sag mir mal Bescheid Ich kann jetzt grad schicken Deswegen ist das Auto im Setup oder wie? Äh, wie geht das nochmal? Teilen Kann ich das jetzt schon einbauen? Christian, Tower, Born, Roffel, Teil Normalerweise müsste ich jetzt geteilt haben, ihr könnt die im Tuning-Setup abholen Fick's mir auch mal Hab ich Habe ich das jetzt drin, wenn ich da drauf gedrückt hab? Dann steht da Tuning-Setup oder more bei dir? Äh Äh, keine Ahnung Guck mal, wir fallen sitzen zu Ende, hä? Ja, jetzt muss man kurz warten Hä, zurück zur Rennzentrale? Nein, 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 zurück! Ja, ich hab schon Escape gedrückt gehabt, sorry Okay Wird es los? Wird es los? Ja Was ist los? Ja Bis zum nächsten Mal